Ach, ist das ein schlimmer Tag heute. Erstmal rückwärts rausfahren hier. Ich höre hier schon wieder ganz schön Radau. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir wollen mehr Lohn. Wir wollen mehr Lohn. Wie, was, wie, wie? 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 Wie, was, was, was ist los? Johnny, Johnny, was ist los? Johnny, Johnny, ich rede mit dir. Was ist denn los? Ich streike, weil ich ins Mund ausüben bin. Ja, Hals, Mauer, ist okay. Was ist mit dir los, Hals? Ich will den Träger. Hals? Meiner. Ja, ähm, ja, was ist denn jetzt, was hast du jetzt gemacht? Jetzt hast du wieder alles kaputt gemacht. Äh, Alfred? Ja. Alfred? Ja, 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 ja. Ja, versteck dich noch nicht, du blöde Schlampe. Ich will mehr Lohn. Schön für dich. Peter? Alfred ist dumm, hast du noch nie gekostet. Nee. Peter will auch noch schaden. Du? Olaf? 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 Ich brauche mehr Geld, um Hanf- und Grasplantage sowie Frau und Kinder zu finanzieren. Ja, geht jetzt alle arbeiten. Ihr geht alle arbeiten. Sofort. Ich bio. Ich will bio. Ich fahre den Träger. Raus aus meinem Träger. Der ist in meinem Träger. Ihr geht jetzt alle sofort arbeiten und ich fahre jetzt weg. Der ist in meinem Träger. Auf Wiedersehen, ihr Spanken. Ja, also, jetzt mal gucken, was die Jungs gemacht haben. Das kann ja nicht so sein. Ja, das ist ja, das ist ja, die müssen ja was gemacht haben. Ja, ich war mit einem 120 über Feldauwiese und ich lege mir das mal quer. Aber wir sind ja so gut, wir sind ja der Chef hier. Wir dürfen das ja machen. So, fahren wir mal auf den Hof hier. Das ist denn da los schon wieder. Ja, was hocken die denn da drüben schon wieder. Das kann doch nicht. Was ist denn hier los? Ist denn hier eine Poolparty oder was? Meine Fresse, was ist denn hier los? Ihr Schweine, ey. Wir streiken. Wir käffen. Wie, was ist hier los? Was? Wir wollen nicht arbeiten. Wir wollen nicht arbeiten. Wir wollen nicht arbeiten. Ja, jetzt. Also, ich sehe, ihr müsst jetzt alle arbeiten gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst oder so. Also, 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 gar keine Zeit zu arbeiten. Doch, ich will heißen. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, ihr könnt jetzt alle gehen. Entweder mehr Geld oder heim. Ja, wer jetzt nicht, ihr könnt jetzt euch alle verpissen. Ja, kommt, schnappt euch alle weg. Ihr fahrt jetzt alle weg. Feierabend, fangen geht's. Ihr braucht nie wieder, wiederkommen. Wenn ihr jetzt weg seid, ihr seid für immer und ewig weg. Für immer weg. Für immer seid ihr weg. Das war's. Das war's dann. Ihr seid jetzt weg. Das ist jetzt auch so. Nein, ich meine. Da geht's halt so ein besserer Arbeitsgeber. mehr weg. Ja. Wir sind bereit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.